Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 8. März 2022. Ihr hört's, Geek Talk Daily, 1173. Heute mit Big Lebowski, Samsung, Netflix, TikTok, Nokia und China. Was hat Big Lebowski in einem Technik-Podcast zu tun? Ich glaube nichts, aber gestern, genauer gesagt, wurde er 24 Jahre alt. Nicht der Dude, nicht der Film, nicht irgendwas sonst rundherum. Nee, der Film ist nämlich genau gesagt vor 24 Jahren, im Jahre 1998 in die Kinos gekommen. Und seither habe ich ihn gefühlt dutzende, dutzend Mal geschaut. Bisschen übertrieben, aber ich habe ihn viele, viele, viele Male geschaut. Und ich werde ihn auch nächstens wieder anschauen, weil ich liebe den Film. Aber jetzt geht's weiter mit Technik-Neuigkeiten. Gestern Morgen kam raus, dass Samsung gehackt wurde. Dann hat man im Laufe des Tages auch gleich verlaupert über eine Medienmitteilung, dass das wirklich so ist. 190 GB an Daten, internen Daten von Samsung wurden erbeutet. Da sind keine Kundendaten und keine Mitarbeiterdaten mit dabei. Die sollen zumindest nicht geschädigt sein. Wer aber natürlich geschädigt ist, ist Samsung. Zum einen wurde der Quellcode von Samsung-Komponenten wie Knox oder Trusted-Apps erbeutet. Auch Gerätesicherheit- und Verschlüsselungsquellcodes und die Quellcodes zu den Bootloadern wurden erbeutet. Das ist natürlich besonders unschön. Der Bereich Knox und Trusted-Apps sind Bereiche, die Samsung sehr hoch gehalten hat. Ich hoffe, da wird nichts Komprimitierendes passieren. Was ich auch nicht hoffe, eben im Bereich der Bootloader etc., weil da wären schon sehr unschöne Dinge machbar, wenn man das richtig einsetzt und oder auch eben alles hat, was da in die Richtung geht. Der Ukraine-Krieg bringt immer mehr Firmen dazu, ihren Betrieb oder ihren Geschäft in Russland einzustellen. So ist auch Netflix. Aber bei immer mehr Firmen, sage ich mir so, neben PR-Stunt hat das auch andere Hintergründe. Und ähnlich könnte es nämlich bei Netflix sein. Zum einen hat man nur knapp eine Million Kunden, die in Russland sind. Das kann man noch verschmerzen. Aber vielmehr ist es so, dass mit den neuesten russischen Gesetzen neben dem normalen Netflix-Angebot die ganzen Streaming-Dienste auch dazu gezwungen werden, dass sie Staatspropaganda mit ins Angebot aufnehmen. Und da wollte Netflix eh nicht mitspielen. Somit ist das wahrscheinlich eh ein Exit auf absehbare Zeit gewesen. Also wäre es sowieso passiert. Das Gleiche ist bei TikTok. Auch die haben gesagt, wir stellen die Livestreamings und die Möglichkeit, neue TikToks einzustellen in Russland ab. Konsumieren kann man weiterhin das Ganze, was über TikTok rauskommt. Aber man kann nichts einstellen. Auch das hat mit der Gesetzeslage und neuen Gesetzen zu tun. Wo unter anderem, wenn man Fake News, also vermeintliche Fake News, Putins gemeinte Fake News über das Militär und den Krieg erzählt oder verbreitet, kann man bis zu 15 Jahren Haft bekommen. Russland selber hat von sich aus andere Plattformen gesperrt, wie zum Beispiel Twitter und Facebook. Das ist nicht wirklich nötig bei TikTok, denn TikTok kommt, wie wir alle wissen, aus China und China mischt ja bei Russland sehr stark mit. Was ein bisschen unschön ist und da eben auch. Aber lassen wir das Ganze. Nokia, besser gesagt, HMD, hat erklärt, weshalb man keine High-End-Smartphones mehr rausbringt. Rund um den Mobile World Congress hat man gesagt, dass man derzeit kein Interesse daran hat, mit Apple, Samsung, Xiaomi und Co. in der Oberklasse mitzuspielen. Weil das Ganze sich nicht rentiere. Man möchte da nicht mehr in diesem Spezifikationskrieg und nicht das andere Wort, dann passt es besser. Man fokussiert sich auf Low-Budget-Geräte, auf Mittelklasse-Smartphones und sogenannte Feature-Phones. Die und vor allem im Prepaid-Markt möchten sich stark ansiedeln und ausbauen. So möchte man bis Ende des Jahres in den USA beim Prepaid-Markt führend sein. Ich bin mal gespannt, wie Ihnen das klappt, auch wie das mit den Updates weiter funktionieren wird. Und hoffe natürlich für Nokia nicht, dass man ein zweites Mal abstürzt. Spannend ist China. Man wettert ja immer wieder über die grosse Umweltverschmutzung. Aber wenn man es ein bisschen genauer anschaut, in China tut man deutlich mehr als in unseren Landen. Im Bereich E-Mobilität und Windenergie, Solarenergie etc. Aktuell werden ca. 306 Gigawatt mit Photovoltaikanlagen abgedeckt. Und 328 Gigawatt werden über Windkraftkapazität abgedeckt. Man möchte in den nächsten Jahren auf mindestens 1200 Gigawatt kommen und somit das Ziel erreichen, um die eigenen Klimaziele zu erreichen. Bis im Jahre 2030 soll es soweit sein, dass dann da die Zahlen weiter nach unten gehen. Und das hat China einigen Ländern hier in der westlichen Welt voraus. Was macht man als nächstes? Man baut eine riesige Solaranlage und eine Windanlage in der Wüste, und zwar in der Wüste Gobi. Beginnend mit 100 Gigawatt soll das Ganze auf kurz oder lang ausgebaut werden, auf 450 Gigawatt. Ein riesiges Projekt, was sehr, sehr spannend ist und wo man sich an anderen Orten auch eine Scheibe abschneiden könnte, würde ich doch behaupten. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten, die ich für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt das ein oder andere mitnehmen können. Links wie immer auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher eures geringsten Misstrauens. Wir hören uns wieder, wenn ihr mögt. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.